hi leute ist der crafty slime und ja heute ist wieder euer schleimiger schleimi der crafty slime anstatt spaß ich bin ja ja ihr wollt euch sicher bin ich verabte fliegt ja ich habe zwischen den letzten teil von der links von aufnehmen keine ahnung dass ich das jetzt dazu scheinen werde oder es wird extra eine folge keine ahnung dazwischen mal stream seit wo ich die drei dings wo ich jedenfalls sagen wir mal es wäre jetzt ein 15 was haben wir in der vierzehnten nach der vierte der wir als stream gewesen und ja und es war halt als stream und dem bin ich ein bisschen akuten kurz gewesen hat mein werk wird gebaut ja farbe ist auch dabei halt vergessen er redet nur und ich habe mir was gibt dann bin ich ja bisher kunden gegangen hat rucksack gebaut etwas aus den cast construct gebaut jetzt habe ich mir heute gedacht wir diesen dann schon der kunden wir haben auch mit anderen in dieses einen zirkloppen ging habe ich auch umgebracht wir gehen meinen rogleich dann schon ein bisschen kunden die da war schön tief also mein gott für mein internet schmiert ab ja ich spät neben mir auf dem laptop bei c ist ganz weit weg und das kommt nicht mehr da ist so heiß genau da wo die luft aus einblasen wird genau da wo ich um die man machen hast recht gehabt was auf dem laptop kann ich nicht was zum ich habe keine lust auf euch blöden dinge was zum hänker bist du ich kann euch diese haben auch absolut kraft dass diese haben auch noch heißen wird tatsächlich weiß nicht was wird denn los ist auch so der glaubt diesen ton gemacht hatte ich habe mich vorher schocken ein ton wir sollten schlecht wir hier weiter gehen war vielleicht doch nicht die beste was in der mitte gibt es keine die es messen an gold ach so hier so wie es gerade von einem was interessiert niemanden genau keine ahnung wenn diese voll rauskommt ich glaube sie wird am sonntag rauskommt wenn sie da rauskommt halten nur wenn sie in den teilen geschnitten wird wenn nicht dann f3 ich glaube wir haben ein problem bis du hast ich kann das kurz und restart noch mal okay leute jetzt habe ich ja ein spiel gestartet es sollte funktionieren ich habe schon probiert nicht blocken funktioniert ich glaube es packt nicht mehr rum hier ist was da muss hä 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 inwiefern gibt es hier okay mir als sie ist ganz schön ist zu leer ich gehe einfach nach hause ganz ehrlich hier drüben konnten wir können wir schon wieder nichts abdings einzahlen okay es war es ich gehe jetzt rauf hier ist das zu viel ich habe keine lust ich möchte auch spielen können ganz ehrlich ne wenn das spiel sich denkt es kann mich verarschen dann glaubt dann kann sie kann es mich mal halt dann verarscht es mich halt auch nehmen spiel nehmen kannst das spiel geht jetzt wegen diesem dreck nicht hier und hier und hier da Okay, jetzt werde ich mir am Schluss Sorgen machen. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich mir Songs mitmachen. Ich glaube, ich muss noch mal neue Schatten spielen. Schau, ich kann einfach so mit dem Foto machen. So einfach kann ich machen. Das ist der Punkt der Letzt. Okay, Leute, ich verschlüsse jetzt, dass ich... Oh, hallo. Okay, ich sage einfach mal so, ich restart noch mal. Wir sehen uns wieder. Okay, Leute, jetzt habe ich mir das Spiel, wo ich startet. Und ich glaube, jetzt läuft es nicht mehr. Nicht... ... falls theoretisch wir könnten... ... beflüchten. Da habe ich ein Fenster. Und das war es. Diesen Landschuh betreten wir nie via das... Das ist der... ...Leg-Leg-Leg. Oh, fuck. Leg... Äh, jetzt haben wir nur öfteres Problem. Was nicht Dark ist. Und wir von irgendeinem komischen... ... von komischen Monstern ergriffen werden. Tschüss. Nee. Wir haben ja auch noch eine Dungeon bei uns drüben. Den können wir... ...dings machen. Den können wir machen. Ich habe keine Ahnung, was ich da schon mit einer Folge in Red habe. Halte mir vier... äh, fünfzehnten. Am ersten Teil halt vor mir im Dungeon gegangen sind überhaupt. Wo ich auf Slammy war. Keine Ahnung, dass ich da gesagt habe, dass ich... ... mich drüber habe ich den Zirklop... ... ähm, besiegt dann... ... auf Screen. Weil ich gerade mein Schwackgap der Regen gekämpft habe. Und ich habe keine Lust gehabt, weil ich habe auch OBS schon geschlossen gehabt. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Ähm, das ist ja noch davor eigentlich... ... halb. Es geht nicht weiter und... ... traf ich mal. ... guck mal an. Schau fast. Aber damit ich mich... ... und es gibt keinen Fall da und ich denke dann... ... dass ich mit der Strecke habe. ... gar nicht... ... von dem ist... Warum immer ich... Warum... Warum war Gott. Ich gucke Aufnahme ja nicht Ding... Ich weiß, ihr seht gerade 0, aber mir ist aufgefallen bei Nachgucken, dass irgendwas hier nicht stimmt. Ok, das ist wieder gut. Ich habe eingestellt, hoffe ich seht ihr jetzt besser, weil mir ist aufgefallen, da war Ink hat sich da alles verstellt. Ich habe Obja es halt upgedatet auch jetzt an, hoffe ich kenne mich dann wieder aufnehmen mit Leuten, weil ihr Stimmen von den Leuten, wird Diskriminierung nie aufgenommen und jetzt habe ich mir vorhin mal so angeguckt, mal kurz, weil ich Musik gehört habe und da habe ich OS offen gehabt und da hat sich dann wenn ich geredet habe, war ein Ton, das sind zwei Leisten, halt so wo Ton ist und wo ich Musik gehabt habe, hat sich eine bewegt und wenn ich ein Gerät hat, hat sich eine bewegt. Und wenn ich keine Musik drin gehabt habe, hat sie sich nicht bewegt, eine, sondern nur die von mir in meiner Stimme. Das heißt, wenn wir Glück haben, kann ich hier aufnehmen, dann kann ich von dem neuen Projekt, das ich noch nicht hochgeladen habe, das tippt das hochgeladen muss, die zweite Folge kann ich dann noch mehr aufnehmen. Weil ich habe sie mal aufgenommen, wir haben in der Tiers gekommen und das Problem war, dass einfach der Tor nicht da war. Ich weiß nicht, wenn er die Folge hochgeladen, ich glaube, ich werde diese Folge hochgeladen, wenn er sie hochgeladen hat, das sei schon mal der Name, ähm, Fuser Crash. Ich bin beschreut, wie die erste Folge ankommt. Keine Ahnung, das tippt das sie schon hochgeladen hat und nicht zu diesem Zeitpunkt. Wenn, räte ich ihn heute noch mal an und sage, er soll sie hochladen. Eigentlich sollte diese Folge dann am Dienstag oder Mittwoch kommen. Spätestens Dienstag muss er sie hochladen. Ich möchte, äh, ich habe mir gedacht, dass ich vornehme, dass ich jeden Tag hochladen werde, weil ich jetzt halt der beste Freund habe. Hoffentlich war bei euch Zeugnis gut. Meins war erstaunlich gut. Sehr erstaunlich. Und wenn wir folgt, was ich gerade mache, ähm, ich bin mir gerade die Alte. So, ich kann es auch ausgraben machen, aber nee. Das heißt, ich bin in Game Mode rüber geflogen. Wow, Luca. Du hast es mal wieder geschafft. Du hast es geschafft. Lustig, wenn ich dort blege und kannst immer noch nicht. Dann sage ich, Leute, ich habe... Ich habe es wirklich. Warum muss ich eigentlich immer sterben, ganz ehrlich? Was soll das? Warum auch hier? Weil Leute, die ein gewisses Mal eine Klasse haben, bemerkt das schon am Ende, dass ich hier mache. Und das Problem ist, die haben schon oft gesagt, nie an in der Schule. herauf zu schicken dessen dings halt entschieden meinten hinfliegen wenn ich gestorben bin deswegen mache ich das jetzt nicht auf screen halt nicht jetzt ja gerade in der aufnahme mache ich es jetzt nicht mit der aufrufe der beste das sie greift man das heißt schon einmal probiert er ist halt als es hat halt alles ausgesehen als ob er zu mir an das war komisch dessen die geteilt und sich wird aber muss mir das auch wieder passieren die ich nicht habe mir das Bild ich bin so oben im dunkel Deckel und sie ist so gut gut das sieht nach wasser aus der Sprüche und davon werden sie da ist kein was sondern so so man brennt einfach hat vorweg jetzt nicht mehr noch auf nichts jetzt muss ich erst mal mein Grab finden das ist die beste Frage dass ich das mein Grab hier finde es kann es kann passieren dass ich mein Grab nicht ganz genau finde aber ich habe es gefunden weil ich mich froh dass ich es irgendwie noch probiert habe mich einzubauen wenn ich nach unten weiter gegangen wäre hier wasser gewesen nice warum ganz ehrlich warum ist die welt zu mir so böse sie soll eh froh sein ich bin nicht mal noch lange hier ich sag's euch dieses leben hier in dieser Welt ist nicht leicht fand ich den mal lustig machen wir schön in einer zu sein so schnitzel hier her jetzt gehen wir noch jetzt ups jetzt cutte ich und gehe nach hause ho ich cutte gehe nach hause und lehr ähm links meinen Rucksack aus und dann gehe ich zum Dungeon Club drüber und dann sehen wir uns drüber mal mal habe ich eigentlich alles wie es sieht auch ich habe mir die spitze gelassen hier sind kürze ertrink 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 dir blöden Pumkins heute werden die Nure Pumkins von 1.5.13 m da weil sie kein Gesicht haben ich sage euch Leute wird dieser Bungele dann sehe ich gehen wir nie wieder ein Dungeon, außer der zweite, oh kurz, wie man hier sieht, das ist in der Nähe auch von anderen, auch von diesem Biom, sonst gehen wir nie in so ein Dungeon, in ein Biom, das nicht der Ort in diesem biologischen Biom ist oder in der Nähe. Wir müssen die Flügel weglegen, gucken, ah, leider, wir müssen die zweite Getarze, alles ein bisschen anziehen, okay, ah, jetzt, in der Oberflügel, auf der Oberflügel, wird dann geschossen, ähm, hier ist es auch mal voll weg. Okay. Ach, ups, hier fällt auf, hier, auf meinen Bogen, ähm, weggelegt, oh fuck. Okay, was haben wir hier drin? Ach genau, die können wir nicht öffnen. Ach, das ist schlimm. Ich muss überlegen, ich muss mal gucken, von, von, warum das hier ist, von was für Motto oder wie was das kommt, dass ich, ähm, keine Drohnen öffnen kann. Das muss ich mir nach, auch mal kurz nur erzählen. Vorschau habe ich auf 8, weil es relativ laut gerade, ich möchte nicht, dass er nichts, ich möchte auch, dass er, das könnte auch sein, dass er nichts hat, er hat jetzt sein. Hier ist hier wohl ne Droh. Was ist hier drin? Was ist das? Ist das ne Waffe? Da kurz. Krang, dass es ne Waffe ist. Krang, dass es ne Waffe ist. Schreibt mir in die Kommentare, was das ist. Schreibt mir in die Kommentare, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Ist das ne Waffe oder so? Schreibt mir in die Kommentare, was das ist. Schreibt mir in die Kommentare, was das für ne Waffe ist. Ist das ne Waffe oder was das ist. Wenn es ne Waffe ist oder wenngast was es auch kann. Oh, das lädt gerade voll. Federjacke. Ist steilig. Ich hab ne 19 FPS gerade. Ich hab ne Waffe. Ah, gut. Ich hoffe, ich crash mich das Spiel nicht. Das zeigt schonmal zu. Höchel! Ich schwelz, er bin alle. Oh. Wenn das Spiel jetzt aufhängt, dann gehe ich weg. Och, komm, spiel! Och nee, sag nicht, das Spiel hat sich schon wieder aufgehängt. Warum nur? Boah. Kalorik-Böde, oder? Wisst ihr was, Leute? Ich hab jetzt einfach aufs Warten keinen Bock. Wenn das Spiel nicht crash, dann geht die Folge weiter. Und sonst ist jetzt... Oh. Schluss. Ah, das funktioniert wieder alles. Oh, es sieht nicht mehr so schlecht aus ohne... Ich glaub, ich lass sogar das Tick-Shop-Alke nicht mehr drin. Ich glaub, ich lass auch die fort. Okay, lenkt uns halt immer noch, aber... Ja, was haben wir da zu sagen? Ist halt Kacke. Alter, du... Diese Vieh... Ha... Form ist hier... Alter, dieser Ton ist immer so verstört von diesen Viechern. Alter, hau ab! Kann ich... Kann ich... Ha... Ha... Du... Du kannst abhauen, du... Hä... Ha... 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 Spiel ist ja wenigstens in den Händen, dass ich noch die Folge fertig machen. Ich helfe dir. Hm... Ah... Oh, Iron. Hebe mir mit näm... Ha... 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 Oh... Hm... Ich habe einen Rucksack, aber ich möchte auch nicht hier den Dreck einsammeln, oh Gott. Ich lasse meine Bücher ab und jetzt bin ich eigentlich hier. Ich könnte mir einen Shader reinpacken, das wäre meine Idee vielleicht. Okay, gut. Oh, Quarz haben wir. Ach komm, hör auf den Lenno. Ich spiele ganz ehrlich. Ich habe gerade wie Quarzblatt ausgesehen. Habe ich mir gedacht, dass so ein Sarg ist. Gibt es so Säge? Das ist die Mehrzahl für ein Sarg, Säge. Okay. Okay. Oh, ein neues Schwarz für uns. Stream Black war auch effizient. Auch... Alter. Komm, bleibt das Spiel schon wieder so. Wenigstens können wir die Sachen abbauen und so weiter. Nächstens nicht so wie bei anderen. Alter Mist. Alter, ich habe schon gerade keine Rücken beim Stehen gehabt. Alter, leck's hier gerade. Das haue ich aber auch mit diesem Motto. Dass es einfach Zeiten gibt, wo es einfach richtig leckt. Okay. Ich werde wirklich sagen, dass... Das war's mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Leute! Tschau.